so ja wie man sieht es geht gleich weiter ich habe überlegt ich mache tatsächlich so und fang auch gleich instant an heißt also diese woche wird nichts mehr hochgeladen und zwar wenn ich jetzt noch mal drei folgen interview und dann nochmal drei von kapital aufnehmen dann haben wir von beiden acht folgen und das heißt ab jetzt geht es dann los dass ich jetzt alle zwei wochen nur noch diese beiden let's place aufnehmen regulär deswegen fehlt jetzt auch bei den titeln dieses meister special war jetzt ist kein special mehr genau da würde ich jetzt praktisch davon auf den bis ich davon 40 folgen jeweils habe und ab dann also 45 folgen meine ich 44 folgen da haben wir nämlich genauso viel wie mit dem mit dem server und ab dann werden wir wieder anfangen alle vier server immer so durchzuspielen das halt gleich ist ja derzeit gesagt ist dass das reguläre kann natürlich genau wir werden also diese beiden server erst mal hoch pushen bis auf 44 folgen bis auf 40 folgen und dann gehen wir weiter ok lange rede gar kein sinn sollen wir gleich mal und werden jetzt versuchen so viel wie möglich dicks wir uns da zu sammeln wow alter hiervon weil wir brauchen davon eine ganze menge um uns ruckstreck zu machen um weiter zu wandern so 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 ich mich noch ein Feld anlegen dann können wir nämlich ein bisschen effizienter hier die sachen anbauen gerade jetzt die Baumwolle so ich nehme mir eine Kartoffel von der roten Beter haben wir jetzt hier mehr als genug von der roten Beter haben wir jetzt erstmal mehr als genug so und wir haben jetzt ein bisschen silber dann brauche ich mir daraus geht eine spitzhacke so haben wir wieder ein bisschen brauchbares baumaterial ein timing ist schon wieder echt beschissen kann das sein ich bin holzfäller der zweiten generation sammeln wir mal ein was runtergefallen ist ein apfel das wichtigste auf der welt ja gut also jetzt nicht unbedingt aber der ist noch nicht gewachsen interessant lassen wir den erfahrung noch so was brauchen wir das wird nicht machen eigentlich wollte nicht daran arbeiten nicht gerade wenig mehr viel und weil ich so geil bin welchen einfach mal hier vor arbeitern na gut vorne gibt es gar nicht so viel zu erweitern weil wir müssen ja mehr als drei tiefe können wir ja nicht nehmen aber wir können hier zu der leite erweitern ohne rücksicht verlust er wahrscheinlich brauchen wir dann auch gleich mal eine neue hau weil ich glaube mal so viele Felder können wir mit unserer hau nicht mehr bestellen aber gut noch haben wir sowieso nicht so viel Baumwolle von daher so wo ist er hallo hab ich die Rehre gepackt tatsächlich der Gruppe ne der Gruppe sagt der Gruppe 네 test oder die da ich ении of sie die So, Baumrolle. Wie viele Samen haben wir davon? Hoffentlich ein paar. Da. So. Dann werde ich das hier nach und nach abbauen. Komplett nach da verpflanzen und die Pflanzen, die da sind, nach und nach hier verpflanzen. Dann haben wir da Baumwolle und hier die ganzen anderen Nutzpflanzen. Ein bisschen umsortieren hier. Ich glaube, ich warte sowieso mal, bis ja immer alles komplett durch ist. Warte um einmal alles ab und dann werde ich alles nochmal direkt vom Scratch, weil ist ja gar nicht so durcheinander. Muss ja nicht sein. Wow, hier fliegt ein Samen rum. Ein Sapling, ein... Wie heißt das? Doch, Samen. Ein Setzling, klar. Ja, gibt es auch im Deutschen. Sakura, Sakura. Ja, die meisten müssen wir auch noch. Hier ist noch so viel, was wir einpflanzen können. Oh, wir müssen erst mal losziehen und noch eine größere Fläche suchen, wo wir uns dann auch sesshaft hinsetzen können. Das wäre mir ganz fein. Ich habe immer das Gefühl, dass das hier noch weiter wachsen könnte. Das war wieder für die Katz. Ja, war für die Katz. Alter, ich kriege eine Krise. Ach, leck mich. So, ich pflück mir die ganzen Bananen. Ich wüsste nicht, warum ich die dran lassen sollte. So. Ja. So. Kann man eigentlich gleich fällen, ja? Stehe eh noch weh rum. Der wurde uns auch gewachsen. Sehr schön. Weil wir wollen uns ja früher oder später hier verabschieden von der Ebene. Wir werden also einfach nur eine Nutzpflanze anbauen. Das wird ja wahrscheinlich gesagt, ein bisschen Brot sein. Dürfte ausreichen. Oder mal gucken, vielleicht... Die kann man ja auch so essen, ne? Ja. Dann werden wir erst mal nur diese Bären anpflanzen, weil die wachsen relativ schnell nach. Und das reicht dann für die Verpflegung so aus. Hier ist auch noch ein Baum. Warum sagt das eigentlich keiner? Bananenbaum! Eigentlich ist doch schon gelb ein Bananenbaum. Ganz ehrlich. Das ist voll nice. Da fröh ich mir. Die bleiben einfach hängen. Das ist ja auch nett. Doch! So ansehe ich, ob die verlißt oder nicht. Die wachsen nicht mal weiter. Kann das sein? Das ist halt mir auch fertig. So. Kopf auf, kommi! Ah, halt. So. Da wird noch ein bisschen was reingepackt, dummerweise. Äh, da. Kann natürlich auch jetzt wieder angepflanzt werden. Ich kann jetzt mal die ersten Gras verbrauchen. Oh! Gleich versichern? Bevor ich das Video aus Versehen aufesse. Gleich nicht. Ich hoffe, ihr habt nicht einen Gehörsturz bekommen. Für die, die sich fragen, warum das ich jetzt mache, das mache ich, um gleich das ganze Gras, was wir haben, in Samen umzuwandeln. Wie das geht, wisst ihr ja bereits mittlerweile. Äh, und es ist halt einfach praktischer, wenn man dafür eine große, freie Fläche hat. Dann macht sich das dann einfacher. Äh, so, das hier und das hier. Ansonsten mehr nicht. Blätter. Tropengras habe ich auch einmal. Okay. Gute, das andere ist... Normales Gedönst. Gut. Okay. Nun zu unserer kleinen Gras-Anbau-Aktion. Gras, wie viel Gras haben wir denn? Okay. Ich bin dran. Okay. schon klappt uns wieder das inventar zu das bist du jetzt ok da Okay. Schön wie schnell man Samen einfach verschwinden kann. Das ist halt das Problem an dieser Methode. Die geht zwar schön schnell, aber man kann leider auch sehr schnell, wenn man sich aufpasst, Sachen verschwinden. Ach Mann ey. Okay. 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 Ja, mit dem Baum wurde wirklich langsam, sehr schön. So, okay, ah, hol ich mich auch ab, ob das wirklich nichts mehr. Kann man das echt auch auf andere Sachen aufpacken? Das wäre ein bisschen sinnfrei, aber gut. Ich sage mal so, why not? Es ist besser, als wenn wir hier immer aus Versehen die Erde abbauen und dann, ja, die Erde dann irgendwann da draufpacken, aus Versehen. Manchmal gibt es eine creme Stelle und manchmal braucht man ewig. Ist irgendwie ein bisschen witzig. Ja, da gibt es keine einfachere Methode, die sind gerade nicht direkt aus dem Getreide rauszuschlagen. Aber gut. Für sowas gibt es ja diese Tricks und naja. Es war irgendwann ein bisschen amüden, weil man die ganze Zeit wirklich darauf achten muss. Sonst passiert dann das, was mir hier passiert, mit dem Land überall hinsetzen und damit alles verstören. Aber naja. was solltet. Was solltet. Ichos jetzt wieder. Was solltet. Was solltet. Was solltet. Was solltet. Voilà. Was solltet. Schlimm pasó auch. Die Sindlers sind in Yay, ACV habe ich gleich geschafft. Sehr schön. Ich habe mir gedacht, dass wir das noch mit dem anderen machen müssen. Gut, da wir nur 35 zum Glück und ich hier über 70 oder sowas, wie bei dem hier, bei dem normalen draus. Aber trotzdem, Alter, geht ja ganz schön auf die, ja, auf alles. Aber ich weiß, ihr findet das alles super spannend, Digga, ihr könntet sowas drei Stunden lang zu sehen. Plus-minus drei Jahre. Wird ja, aber zumindest schon mal relativ viel Weizen und was auch immer für Samen, alles Mögliche. Voll ich dachte, dass man aus den verschiedenen Weizen Samen wenigstens zu verschalten, auch verschiedene Sachen machen kann. So, das ist relativ, ich sag jetzt mal, sinnvoll ist, da so viel zu haben, aber irgendwie, naja. Habe ich da ein bisschen zu viel rein interpretiert. Schade, dass man aus allen einfach nur das Gleiche machen kann. Oh, ja, was soll's. Ach, komm jetzt. Na, mit dem bitte, ich... Das braucht wahrscheinlich noch ein bisschen, keine Ahnung. Ich nehme mal kurz meine Tasche. So, jetzt baue ich mal die Dinger ab und guck mal, ob ich was nicht bekomme. Nur die Samen. Das ist also noch nicht fertig. Alter, wie lange braucht das denn? Boah. Also, was auch immer dieses Oak ist, ist es verdammt scheiße. Na gut. So, jetzt haben wir hier das gesamte Feld für, äh, das hier. Die restlichen Sachen mache ich natürlich jetzt weggepackt. Ich voll die Tür. Äh, da. So, und dann gucken wir mal, was auf die restliche Fläche verteilen. Und wir haben ja nur ein bisschen Platz mittlerweile. So. Okay. So lange die Nitra da noch brauchen, machen wir schon als nächste hier. So. 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 doch auch ganz gespannt was das wird noch so ein ding oder was so war das nicht das kraftvoll wie die anderen bettiger das kommen haben oder verweglich der etwas was da war das anderes kraft jetzt auch die solche achtet ist fern kann das sein das ist dieses ja dieses ferne ja ist gar nicht das was ich dachte dass es okay wo ist denn das andere kraft da fragt man doch auch noch was oder nicht vor weiter gut ich meine ich bin zwar eigentlich eher ein gärtner als ein bauarbeiter sie wissen sie dass es hier nicht als die klassische tätigkeit eines jahr arbeiters betrachten aber gut wahrscheinlich geht dieser wort einfach nur danach allgemein wie man halt ab und angebaut hat wo das will ich lassen auch dazu ziehen ganz klar das ist mittlerweile auch schon fast gewachsen einer muss noch passt doch das ist mittlerweile auch schon fast gewachsen einer muss noch passt doch das ist So, foundry. Okay. beim hauen verletzt so aber viel weiter die ist schon lieber nicht damit wir noch ein bisschen platz für andere pflanzen haben so die frage ist was pflanzen wäre also am effizientesten gesagt wäre von der schnelligkeit das zeug hier und die roten dann will ich die auf jeden fall pflanzen die wachsen auch relativ schnell ja ja dann ach guck wo schnell die wachsen wie die normalen satt machen die eigentlich auch eins auch eins die machen alle jeweils eins satt dann machen wir jeweils hiervon ein paar bisschen was so 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,3,1,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,er passt genau, gut, 5,2,3 so jetzt 1,1,2,3,4,5,6,7,8,9,7,1,5,12 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ,7,5,12 und das ist noch einmal Erdbeeren. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 15. Perfekt. So, bin ich mal gespannt, wie das ganze Zeug gewächst. So, ok. Der nächste Schwung von dem Zeitpunkt ist wieder fertig. Das ist ganz geil. So, dann brauche ich mir nochmal so eine Ho. Davon zwei. Und davon zwei. Oh, jetzt. Alter, hallo. Was ist denn hier los? Easy. Ungruß Saka-Fläche, ich glaub's ja. Gut. Ich mach also an der Stelle auch erstmal Pause. Äh, sehen wir uns gleich zur nächsten Folge wieder. In dem Sinne, bis gleich. Bis gleich.